Musik Wesentlich ist es für uns ein Stück Heimat und wir sind alle Heimatverbunden. Es ist immer schön in Österreich rauszukommen und da ein bisschen Heimat zu fühlen. So mit Eilenfeiern ist es natürlich immer ein Wahnsinnsgefühl, wenn man da dabei sein darf. Das war einfach nur lässig. Ja, der Empfang da in Österreich war jetzt ein Wahnsinn. Also wirklich lässig, da auf die Schultern aufgetragen zu werden und die ganze Menge da beim Jubeln. Da merkt man, da hat sich jeder mitgefreit und das war jetzt einfach geil. In erster Linie sind wir für die Athleten da. Man hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft. I feel as if I were in Austria. It's been wonderful to come here. Great hospitality, great stuff and fantastic atmosphere. This is what you want, access to the Austria house. Vor allem jetzt im Österreichhaus als Österreicher mit einer Medaille so schön gefangen, wie es sich so trauen. Heimische Produkte, heimisch bekocht und von dem her hat man da alles, was man sich wünscht, wenn man so weit weg ist von daheim. Food is amazing, I love Snizzle and it's the best meal I had since I won the Olympic Games. Es ist immer schön hierher zu kommen und ich bin sehr froh, dass wir ein Stückchen Heimat da in Südkorea auch haben. Ein Platz zum Wohlfühlen. Sie haben echt eine gute Stimmung hier, muss ich sagen. Sehr edel. Ja, das Österreichhaus ist wirklich gut mit Party, also ich komme hier für Party. Ja, brutal. Also wir sind so herzlich empfangen worden. Unglaublich und es war eine Stimmung. Es ist die Möglichkeit ganz einfach, sich auf einer persönlichen Ebene auszutauschen, weil Geschäfte machen braucht einfach auch ein Vertrauen ineinander und dieses Österreichhaus ermöglicht genau das. Wir können bei einem internationalen Großereignis sichtbar sein, eine Visitenkarte sein für dieses Land. Es ist korrenger oder schneid, du warst ja nie bisher. Als österreichischer Botschafter ist man stolz, dass man so etwas Tolles auf die Beine stellen kann. Die Finanzierung erfolgt natürlich über Sponsoren und darf nicht dem Sportgeld entnommen werden. Das Österreichhaus, so wie es heute da steht, ist einfach ein klares Zeichen, was die Lebensfreude und die Lebensqualität von Österreichern anbelangt. Und meine Kunden genießen das sehr. This little piece of Austria in South Korea is incredible. Man kommt rein, man ist geil willkommen, man fühlt sich wieder haben. Österreicher ist ein österreichisches Bier, also was will man mehr? Es ist immer nett, hier so viele tolle Leute zu treffen und die Stimmung ist immer gut. Wir haben nicht nur ausgezeichnete Produkte in Österreich, sondern wir haben auch eine Freundlichkeit, eine Willkommenskultur. Und das können wir hier perfekt präsentieren und da freuen wir uns sehr. Austria House, giving all the feelings of what is like Austria. Das ist wirklich eine schöne Repräsentation für Österreich. Because it's not just a place for their athletes to feel at home, but for the rest of the world to get to know a bit more about your culture. Es ist ein tolles Beispiel, wie ein Sport im Sommer kann sich um ein Sport im Winter zu verändern. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin und sehr froh, dass ich ein Teil dieses Event ist. Ich bin sehr froh, dass wir uns heute auf den Austrian Olympic Committee haben. Austria House ist großartig für mich, unglaublich und die Hospitalität ist großartig. Danke! Was da für eine Werbung erfolgt, das bringt uns vorwärts und das braucht Österreich und das unterstützen wir natürlich. Insgesamt für den Sport wichtig, für den Skisport wichtig und für den Tourismus wichtig. Dass man versuchen will und in die Welt hinaustragen, wie schön es bei uns ist. Die österreichischen Spitzenathleten sind die Sportbotschafter Österreichs und unsere Unternehmen sind die Botschafter der österreichischen Wirtschaft weltweit. Die Unternehmen haben jetzt die Chance gehabt, sich direkt schon jetzt vorzustellen bei den Leuten, die die Winterspiele 2022 ausrüsten werden. Wenn man hier miteinander solche Abende gemeinsam erlebt und dann auch noch am Rande ein bisschen über das Geschäft plaudert, da kann viel mehr entstehen. Das ist wirklich das Zentrum für den alten Ostern und die Menschen, die die Ostern lieben. Musik und Sport, das ist eine Sprache für die ganze Welt. Und mit Go4Gold steht der Grund unserer Partnerschaft hier. Das ist dann schon emotional noch einmal ganz was anderes, wenn man da aufersteht und man sieht die Fahnen, die österreichischen. Ja, es ist unglaublich, wenn man eine Medaille gewinnt und dann quasi gleich empfangen wird zu Hause. Das kann man nach einem Worte nicht fassen. Es ist einfach unglaublich, was wir erlebt haben. Das Gefühl ist so gut. Das ist Sport. Einfach geil.